Eventuell auch mal diesen Button benutzen. So, wie heißt es schön? Letztendlich gibt es natürlich den Geiß in der Maschine. Aber hier ist es die Katze in der Maschine. Tjo. Das ist Hühnchen. Moin. Ein absolut wunderschönes Tier, wie ich finde. Grooße Augen. Kommt grad von draußen wieder rein. Ja, ist halt so. Tjo. Katzen. Tja. Einfach nur Katzen. Ist halt so. Ich nenne sie hier. Für mich persönlich ist sie meine neue Gefährtin. Ich hasse es. Es ist mein Tier, mein Haus zu betiteln. Es ist nicht mein Haus. Sie ist auch nicht meins. Sie wurde mir gegeben. Das Tier scheint sich bei mir wohlzufühlen. Ich versuche natürlich alles mögliche mich auch darum zu kümmern. Was das Essen. Was das Nahrungsangebot angeht. Hier eine perfekte Umgebung zu geben. Ich habe eine ziemlich große Wohnung. Also zicka. Ist ja irgendwie groß. Muss ja auch jener wissen. Welche Idioten hier mithören. Ist ein Freigänger auf jeden Fall. Katzen. Nicht jetzt Freigänger. Geht gar nicht. Geht vielleicht schon, klar. Da habe ich mal einen Ballonschäden, Städten etc. Aber nun. Ne, Pünkchen? Ja, Pünkchen ist ihr Originalname, den sie heute vorherigen Besitzer bekommen hat. Das ging leider nicht mehr, weil sie sich nicht mit anderen den Tier mehr verstanden hat. Ist ein wunderschönes Tier. Ich weiß gar nicht, ob der Schnurren gerade hört. Mutz. Ich liebe das Tier. Hm.